Wie schon angekündigt, schauen wir uns heute noch ein Beispiel zu dem Paragrafen 216 an und das hier ist eine Originalprobeklausur, die ich geschrieben habe und da habe ich, glaube ich, nur drei Punkte bekommen. Ich habe die Note nicht mehr gefunden, also drei oder vier, mehr waren es jedenfalls nicht und hier ist der Sachverhalt. M und F sind seit 20 Jahren verheiratet und wohnen zusammen. Die Ehe läuft schlecht und F hat gesundheitliche Probleme. Immer wieder äußert sie gegenüber M, dass sie bald aus dem Leben scheiden wolle. Am 08.08.2024 kommt M bereits um 15.45 Uhr nach Hause. Das ist früher als gewöhnlich und auch deutlich früher, als F erwartet hatte. M findet seine Frau bewusstlos und nur noch schwach atmend im Bett vor. Neben ihr liegen eine leere Packung starker Schlaftabletten und ein Abschiedsbrief. Ohne den Brief zu lesen, erkennt M die Situation. Er geht fest davon aus, dass F noch ohne bleibende Schäden zu retten wäre und dass er sich als Ehemann strafbar macht, wenn er ihr nicht hilft. Nach kurzer Überlegung entscheidet er sich dafür, Fs Wunsch zu sterben zu respektieren und die strafrechtlichen Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Er hält zwei Stunden ihre Hand, bis sie schließlich um 18 Uhr verstirbt. Laut gerichtsmedizinischem Gutachten hätte F angesichts der enormen Menge von Schlafmitteln eine Überlebenschance von mindestens 50% gehabt, wenn M umgehend um 16 Uhr einen Notarzt verständigt hätte. Strafbarkeit von M So, das ist die Klausur gewesen, die Probeklausur gewesen. Wir hatten dafür zwei Stunden Zeit. Ich habe die ein bisschen abgeändert, weil es gab noch einen weiteren Tatkomplex, den wir in zwei Stunden bearbeiten sollten. Ich habe keine Ahnung wie. Und wie gesagt, also ich persönlich finde diese Klausuren sehr kompliziert und deswegen mache ich die so intensiv hier in diesen Videos, damit ihr hier auf die Problematiken, ja, sensibilisiert werdet. Okay. Falls ihr die Probeklausur jetzt hier schreiben möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Dann habt ihr zwei Stunden Zeit und tatsächlich mit meinem vorherigen Video sollte es möglich sein, diese Probeklausur auch gut zu bestehen. Okay. Damit kommen wir dann zu der Lösung. So. Erster Punkt. Natürlich 216 Absatz 1, 212, 13, 1 StGB. Dieses 212 könnt ihr natürlich auch weglassen. Je nachdem, ob ihr der herrschenden Lehre oder dem BGH folgt. Genau. Also. Tötung auf Verlangen ist natürlich vorrangig zu prüfen, weil das ist die Privilegierung vom Totschlag. Totschlag. Hier. Die F ist tot. Der Erfolg ist eingetreten. Also hier prüfen wir erstmal die Voraussetzung vom 212, 13. Liegt ein Unterlassen vor? M hatte die physisch reale Möglichkeit, einen Notarzt zu rufen. Dies war die rechtlich gebotene Handlung. Also ein Unterlassen liegt vor. Quasi-Kausalität. Und hier müsst ihr aufpassen, weil wenn die unterlassene Handlung nicht hinzugedacht werden kann, ohne dass der Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfiehle, nur dann ist das Unterlassen quasi-Kausal für den Erfolg. Und hier gab es ja nur eine 50-prozentige Überlebenswahrscheinlichkeit von der F, wenn sofort der Notarzt gerufen worden wäre. Und somit ist die Quasi-Kausalität zu verneinen. Es gibt noch eine andere Ansicht, die sagt, ja, das Alarmieren eines Notarztes hätte aber das Risiko des Todes verringert. Und deswegen ist doch die Quasi-Kausalität zu bejahen. Aber gegen diese Ansicht spricht ganz klar, dass dann Erfolgsdelikte zu Gefährdungsdelikten verkommen würden. Und ja, genau deswegen ist diese Ansicht zu verwerfen. Und wir sagen, die Quasi-Kausalität liegt hier nicht vor. Somit ist der M nicht wegen 216.1, 212, 13.1, also wegen Tötung auf Verlangen durch Unterlassen strafbar. Gut, dann kommen wir aber zu der versuchten Tötung durch Unterlassen. Hier die Vorprüfung, die Tat war nicht vollendet worden, weil es fehlt an der Quasi-Kausalität. Dann ist der Versuch strafbar, ja, 216 Absatz 2 StGB. Da steht das ausdrücklich drin. Gut, Tatbestand, natürlich müssen wir jetzt subjektiv prüfen bei der Versuchsstrafbarkeit, also der Tatentschluss. Hatte der M Vorsatz bezüglich des Todes? Ja, er wusste und wollte, dass die stirbt. Er wusste und wollte das auch unterlassen. Er ging davon aus, dass er F sicher retten kann. Also er hatte Vorsatz bezüglich der Quasi-Kausalität. Das ist hier, ja, der Punkt, wo wir vorhin rausgefallen sind. Beim Vorsatz oder bei der Versuchsstrafbarkeit ist dieser Punkt jetzt hier aber zu bejahen. Dann kommen wir zu der objektiven Zurechnung und der M, der wusste und wollte hier subjektiv eine Gefahr schaffen und diese Gefahr hat sich natürlich auch dann im Tod realisiert. Also hier müssen wir ja subjektiv schauen und deswegen subjektiv liegt die objektive Zurechnung hier vor. Gut, dann das ernstliche und ausdrückliche Tötungsverlangen. Genau, der M weiß, dass die F sterben will. Die hatte ja auch so einen Abschiedsbrief. Und genau, damit kommen wir zum Bestimmtwerden. Und hier müsst ihr euch fragen, wusste und wollte der M hier von der F bestimmt werden. Und die F hat zwar über Jahre hinweg gesagt, ja, ich will sterben, aber ja, der M wurde jetzt nicht dazu bestimmt, ja, nicht den Notarzt zu alarmieren. Also die F hat ihm nicht gesagt und irgendwie auch nicht verboten, hey, alarmier nicht den Notarzt. Und hier müssen wir auch sagen, dass der Brief auch nicht gelesen wurde. Also im Brief könnte ja möglicherweise drinstehen, bitte, ja, keine Ahnung, bitte hole keine Hilfe. Irgendwie sowas könnte ja in dem Brief drinstehen. Dann wäre ein Bestimmtwerden, wenn er das gelesen hätte und dann sich gesagt hätte, ja, okay, ich weiß und will bestimmt werden, ja, dann wäre das zu bejahen gewesen. Aber hier hat er den Brief nicht gelesen. Somit basierte der Tatentschluss auf einer eigenen Entscheidung. Er wurde nicht bestimmt und somit liegt keine versuchte Tötung auf Verlangen durch Unterlassen vor. nach 216, 212, 13, 1, 22, 23, 1, StGB. Okay, damit kommen wir zum versuchten Totschlag durch Unterlassen. Also jetzt haben wir die Privilegierung abgehakt und jetzt kommen wir zum Grundtatbestand, dem Totschlag. So, Vorprüfung haben wir schon oben. Quasi-Kausalität haben wir auch schon gesehen, dass der M hier Tatentschluss drauf hatte. Und wir kommen zu der Garantenstellung. Hier musste der M ja jetzt auch Vorsatz bezüglich der Garantenstellung haben. Er wusste, dass er helfen musste. Also er wusste, ja, ich bin verheiratet mit der, ich stehe in einer Garantenstellung zu der F. Jetzt muss aber daraus auch, oder jetzt müssen wir wieder differenzieren bezüglich der Garantenstellung und der Garantenpflicht. Wir haben zwar eine Garantenstellung, aber resultiert daraus auch die Garantenpflicht, ja, den Notarzt zu rufen. Und dann hier in Bezug auf die Versuchsstrafbarkeit hatte der M hier Vorsatz, diesbezüglich diese Garantenpflicht zu unterlassen. Okay, hier hatte der M eine Garantenpflicht aus 1353 Absatz 1 Satz 2 BGB, okay, aber, und das hier ist dieser springende Punkt, den ich auch schon im vorherigen Video erläutert hatte, greift diese Garantenpflicht denn bei eigenverantwortlichem Suizid? Und jetzt müsst ihr eine Inzidentprüfung machen, ob ein eigenverantwortlicher Suizid vorliegt. Aber der ist ziemlich unproblematisch, weil die F war ja alleine, der M war bei der Arbeit. Die hat sich dann die Schlaftabletten, ja, selbst genommen. Somit hatte die F definitiv Tatherrschaft. Sie handelte sowohl nach der Täterlösung als auch nach der Einwilligungslösung eigenverantwortlich und somit liegt ein eigenverantwortlicher Suizid vor. Und jetzt stellt sich dann das Problem, ja, wenn ein eigenverantwortlicher Suizid vorliegt, erwächst daraus die Garantenpflicht zu handeln. Und die frühere Ansicht des BGH hat ja gesagt, nein, weil als die F ihr Bewusstsein verloren hatte, da hatte dann der M-Tatherrschaft inne und somit hatte er dann eine Garantenpflicht zum Handeln. Das war die frühere Ansicht des BGH. Die hat er jetzt geändert. Und jetzt sagt die herrschende Meinung, ganz unstrittig, bei frei verantwortlichem Suizid besteht keine Rechtspflicht zum Handeln, wegen des Selbstbestimmungsrechts des Einzelnen, der Würde des Menschen und auch natürlich der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Paragraf 217 und auch insbesondere das Argument, dass es ein Wertungswiderspruch wäre, wenn wir, ja okay, in diesem Fall ist es jetzt nicht so offensichtlich, aber in meinem, in dem Insulinfall aus dem vorherigen Video, da wäre es wertungswidersprüchlich zu sagen, ja, die Beihilfe am Suizid ist nicht strafbar, aber dann zu sagen, ja, wenn dann die Person bewusstlos wird und wenn dann der Notarzt von der anderen Person nicht gerufen wird, dann macht er sich strafbar. Das ist doch ein Wertungswiderspruch und deswegen, ja, spricht alles eigentlich für die herrschende Meinung und somit kommen wir dann zu dem Ergebnis, dass sich der M nicht wegen versuchten Totschlags durch Unterlassen strafbar gemacht hat, indem er es unterließ, den Notarzt zu rufen. Okay. Genau, der BGH spricht hier von der situationsbezogenen Suspendierung der Garantenpflicht. Somit hatte der M gar keine Garantenpflicht und jetzt stellt sich die Frage, ja, aber im Sachverhalt steht doch, dass der, dass der, ich gehe nochmal zurück, dass der F davon ausging, dass er sich strafbar macht, wenn er nicht hilft. Das ist ja jetzt dieser Punkt und jetzt müssen wir hier fragen, ja, okay, ist das ein untauglicher Versuch hier möglicherweise? Also, der M hatte gar keine Garantenpflicht, aber er ging irrig davon aus und hier müsst ihr dann die Abgrenzung zwischen dem untauglichen Versuch und dem Warndelikt machen. Also, ihr seht, diese Klausur ist wirklich super kompliziert, weil hier wurde alles Inzident in dieser, in dem versuchten Totschlag durch Unterlassen geprüft. Und hier die Abgrenzung beim untauglichen Versuch, da irrt der Täter über eine Sachlage. Also, wenn die Sachlage so wäre, wie er es sich vorstellt, dann würde er sich strafbar machen. Beispiele hier, der Täter denkt, er nimmt die Jacke des X weg, dabei ist es seine Jacke. Hier irrt er über das objektive Tatbestandsmerkmal der Fremdheit. Es muss nämlich eine fremde Sache weggenommen werden beim 242 StGB. Hier irrt er über die Fremdheit der Jacke. Das ist ein objektives Tatbestandsmerkmal. Deswegen irrt der Täter hier über die Sachlage und deswegen ist das hier ein untauglicher Versuch und er würde sich in diesem Beispielsfall strafbar machen. Auch ein weiteres Beispiel, was ich mal in einer Klausur hatte. Der Dieb denkt, dass es sich um Kugelschreiber handelt, die man kaufen muss. In Wirklichkeit handelt es sich um Werbegeschenke. Hier irrt der Täter über das Einverständnis des, ja, es war ein Verkäufer oder sowas. Also er irrt über das Einverständnis. Das Einverständnis ist nämlich beim Bruch zu prüfen. Das ist bei der Wegnahme. Ihr prüft die Wegnahme beim Diebstahl in drei Schritten. Und der dritte Schritt ist der Bruch. Da muss man insbesondere das Einverständnis prüfen. Und hier hat er über das Einverständnis geirrt. Das Einverständnis ist ein objektives Tatbestandsmerkmal. Daher irrt er in diesem Fall auch über die Sachlage. Und daher macht sich der Dieb in diesem Fall auch strafbar, wenn er eben dieses Werbegeschenk wegnimmt wegen eines untauglichen Versuches. Okay, das waren jetzt mal zwei Beispielfälle für einen untauglichen Versuch. Bei einem Wahndelikt da erkennt der Täter alle Tatsachen. Also er kennt die Sachlage, aber er irrt sich dann über die rechtliche Beurteilung. Und das ist ein Wahndelikt. Und in diesen Fällen ist der Täter nicht strafbar. So. Jetzt stellt sich hier für uns in unserem Fall die Frage, hat er sich über die Garantenstellung oder über die Garantenpflicht geirrt? Hier hat er sich über die Garantenpflicht geirrt. Hier ging der M davon aus, dass er sich als Ehemann dann strafbar mache, wenn er die F nicht rettet. Er wusste somit, dass er in einer Garantenstellung zu F steht. Nämlich, dass er Ehemann ist. Das wusste er. Also er hat die Sachlage richtig erkannt. Er hat erkannt, dass er in einer Garantenstellung zu der F steht. Aber er hat die rechtliche Reichweite, die aus dieser Garantenstellung erwächst, hat er verkannt. Er hat also die Garantenpflicht hat er verkannt. Und somit liegt ein Irrtum über das Rechtliche vor. Das ist ein Wahndelikt. Hier ein sogenannter umgekehrter Subsumptionsirrtum. Und daher ist der M nicht strafbar wegen versuchten Totschlags durch Unterlassen. Dann letzter Punkt. Die Strafbarkeit wegen 323c Absatz 1. Und hier schon die gleiche Folie wie aus dem letzten Video. Nämlich, es gibt das Problem, ist das hier ein Unglücksfall? Eine Ansicht sagt Ja, eine Ansicht sagt Nein. Wenn ein frei verantwortlicher Suizidentschluss vorliegt, dann ist das kein Unglücksfall. Okay. Und ja, es gibt auch noch Argumente natürlich, nämlich das Selbstbestimmungsrecht oder die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts oder natürlich auch die Würde des Menschen und so weiter. Somit liegt kein Unglücksfall vor. Andere Ansicht vertretbar. Dann kommt ihr zum Hilfsgutachten und der BGH hat nämlich hier bei der Zumutbarkeit dann die Strafbarkeit verneint nach 323c, weil bei der Zumutbarkeit muss man eine Interessenabwägung vornehmen. Und hier spricht die die Freiverantwortlichkeit des Suizides spricht super stark gegen die Zumutbarkeit einer Rettungshandlung und deswegen hat sich die M, äh, hat sich der M auch nicht wegen 323c strafbar gemacht. Okay. Das war's dann von dem heutigen Video. Ich hoffe, dass mit diesem 216 und der Beihilfe oder dem eigenverantwortlichen Suizid, das ist klar geworden und diese Problempunkte sind, ja, sind klar geworden. Genau. Perfekt. Das war's dann. Ihr könnt ein Like da lassen, ihr könnt den Kanal wie immer gerne abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.